Musik Ja, es ist 12.30 Uhr und ab heute sind wir 12.30 Uhr. Wir, das sind der Michael und ich und wir kommen in jedem Werktag um 12.30 Uhr. Ich muss ganz ehrlich sagen, so eine kleine Cessna habe ich schon im Bauch jetzt. Na ja, das kann man wohl sagen, aber während wir beide gestern unserer ersten Sendung entgegenfieberten, da haben eine ganze Reihe von...